Sagrada, ein Würfelspiel von Daryl Andrews und Adrian Adamasku mit Illustrationen von Peter Walken für ein bis vier Spieler ab acht Jahren. Dauerlaut Verlag 30 bis 45 Minuten. Erschienen bei Pegasus Spiele. Worum geht's? Wir wetteifern darum, das schönste Fenster für die katholische Basilica Sagrada Familia in Barcelona zu erschaffen. Wer am Ende die meisten Punkte erreicht, gewinnt und wird zum berühmtesten Kunsthandwerker Spaniens. Spielvorbereitung. Jeder zieht verdeckt eine geheime Auftragskarte und bekommt ein Spielertableau. Zwei zufällige Musterkarten an jeden austeilen, von denen eine der vier Seiten gewählt und damit in das Tableau geschoben wird. Gunststeine anhand der Musterkarte verteilen. Jeder bekommt eine Wertungsmarke. Rundenanzeiger bereitlegen und daneben die Wertungsmarker. Werkzeugkarten mischen und davon drei offen auslegen. Öffentliche Auftragskarten mischen und auch davon drei offen auslegen. Würfel entsprechend der Spieleranzahl in den Beutel stecken. Wer zuletzt in Barcelona war, ist Startspieler und erhält den Beutel. Spielablauf. Das Spiel besteht aus zehn Runden mit je zwei Durchgängen. Der Startspieler zieht Spieleranzahl mal zwei plus einen Würfel und würfelt. Alle kommen in den gemeinsamen Fundus. Der Startspieler beginnt mit seinem ersten Durchgang. Weiter geht's im Uhrzeigersinn, bis jeder dran war. Der letzte Spieler macht direkt zwei Durchgänge und weiter geht's gegen den Uhrzeigersinn bis zum Startspieler zurück. War jeder zweimal dran, ist die Runde zu Ende. Während seines Zuges darf man einen Würfel nehmen, eine Werkzeugkarte nutzen. Beide Aktionen sind freiwillig und können in beliebiger Reihenfolge genutzt werden. Einsetzregeln Der erste Würfel muss auf ein Rand- oder Eckfeld. Jeder weitere muss waagerecht, senkrecht oder diagonal an einen Würfel angelegt werden. Aber niemals waagerecht oder senkrecht an Würfel mit gleicher Zahl oder Farbe. Verlangt ein Feld eine Zahl oder Farbe, muss man dies erfüllen. Wer keinen Würfel so einsetzen kann, muss auf die Aktion verzichten. Werkzeugkarten und Gunststeine Eine Werkzeugkarte nutzen kostet Gunststeine. Einen, wenn noch kein anderer auf der Karte liegt, sonst zwei. Dann die Funktion nutzen. Rundenende Ein Würfel bleibt mindestens übrig. Den legen wir auf die kleinste freie Zahl des Rundenanzeigers, weitere einfach darüber. Der Beutel geht im Uhrzeigersinn an den nächsten Startspieler. Spielende Das Spiel endet nach zehn Runden. Wer die meisten Punkte hat, gewinnt. Runden rechts, um nix mehr zu verpassen. Quigli Der schnelle Überblick Das Spiel endet nach zehn Runden.